Servus Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem kleinen Ingame Video des neuen Skins Feuerläufer samt seiner Spitzhackgezornschlag. Beide sind heute neu in den Shop reingekommen. Ich präsentiere euch den Skin jetzt Ingame. Der sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Im Shop hat er mir gut gefallen. Nicht mega geil, aber schon recht gut. Im Spiel, muss ich sagen, macht er eine bessere Figur, gefällt mir doch ein bisschen mehr. Und bei diesem Skin habe ich zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass es ein Hinweis sein könnte auf die Drachen, die noch aus ihren Dracheneiern schlüpfen müssen. Oder es könnte etwas mit dem bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest zu tun haben. Wie ihr wisst, wurde The Block auch jetzt verändert. Und zwar finden wir dort so eine kleine chinesische Stadt oder ein Dorf oder wie auch immer und könnte damit zu tun haben. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht. Ich vermute, dass man das entweder mit dem einen oder anderen zu tun hat. Gut, kommen wir zurück zur Spitzhacke. Ich muss sagen, im Store hat sie mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand sie so lala. Was ich nicht bemerkt habe, ist, dass sie hinten so wie drei Düsen hat oder keine Ahnung. Sollen wahrscheinlich Feuerwerkskörper sein. Und mit jedem Schlag sprühen Funken hinten raus aus diesen Düsen. Sieht relativ fett und nice aus. Gefällt mir, was das angeht. Ansonsten, ja, die Spitzhacke ist so. Vom Design her gefällt mir jetzt nicht megamäßig. Das ist halt Geschmacksherr. Mir gefällt es jetzt nicht megamäßig. Aber das mit diesem Sprühregen ist schon eine geile Geschichte. Gut, Freunde, ich lasse euch einfach mal den Skin hier ein bisschen ingehm laufen. Ich habe lange Zeit niemanden gefunden. Ich bin relativ weit abgelegen gelandet, um ein bisschen Material zu sammeln, um für euch ein paar verschiedene Perspektiven mit diesem Skin aufzunehmen. Und bin lange, 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 lange Zeit eigentlich auf niemanden gestoßen, bis ich dann zu diesem Berg kam. Und eigentlich eine relativ schlechte Position hatte, in der ich erstmal ausgeharrt bin und abgewartet habe, was da passiert. Aber schaut es euch selbst an. Okay, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft noch mehr Skins ingehm sehen wollt, also die neuen Skins, ich präsentiere alle neuen Skins ingehm und Lackierungen und so weiter, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviert zugleich die Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wann immer ich die neuen Skins vorstelle. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.